Ja, hallo Leute, euer Influencer Mark Bellinghaus mit einem weiteren Thema und zwar der Scheiterhaufen vor der Justiz Münster. Da guckt ihr gerade drauf. Da stehe ich auf meinem symbolischen Scheiterhaufen, den ich da aufgebaut habe. Ich hatte sogar eine wunderschöne Mönchskutte aus dem Theater Münster. Ja, das ist auch möglich. Und ich habe das gemacht, ihr hört passend dazu natürlich, Gregorianische Chance. Das erinnert mich immer an meine Drehzeit Name der Rose, die natürlich zweigespalten ist, weil ich ja von Bernd Eichinger missbraucht wurde, als ich mich da schon vorgestellt habe für diesen Film. Und dann ist er noch weiter an mich rangegangen im Eltwillkloster Eberbach und so weiter. Also das ist aber ein anderes Thema, das will ich heute nicht besprechen. Ja, ich hatte 14 Drehtage im Namen der Rose und wir mussten auch diese Lieder lernen und insofern, das ist irgendwo drin. Ich war gestern im Landgericht in einer ausgeliehenen Mönchskutte, kann man sagen. Die war anders als diese, die war ganz schlicht und dunkel. Das habt ihr vielleicht gesehen in dem Video gestern, wo ich das Kreuz drüber trage. Und ich habe das auch ausgestrahlt und gefühlt. Der Richter Stenner hat sich auch nicht daran gestört, was ich sehr gut fand. Weil ich wollte damit was ausdrücken, was Spezielles und ich glaube, die haben das kapiert. Und das war mir sehr ernst. Und als Schauspieler, Kostüm und Maske ist da für den Schauspieler immer wichtig. Dann fühlt er sich auch sicher. Und deswegen habe ich mir auch noch die Haare schneiden lassen und, und, und. Also ich mache da immer, gehe dann immer voll auf Vorbereitung, muss alles stimmen. Ich kam wieder mit einem riesen Koffer an und habe da alles aufgebaut. Und für 140 Euro diese Beweismittel einschweißen lassen, damit ich das richtig zeigen kann. Und das hat gesessen. Glaubt mir, kein Mensch wusste, was ich weiß. Und ich habe das bis gestern geheim gehalten. Manchmal muss man Geheimnisse auch wahren. Und das habe ich gemacht. Und insofern war das echt der Burner. Das war echt die Bombe, die ich da platzen lassen habe im Gericht. Und ich habe das hier, diese Aktion, wegen meiner drohenden Räumung, wegen meiner Zwangsräumung habe ich das gemacht, weil mich das auch an diese Ungerechtigkeit der Justiz und der Kirche gegen Greta Bühne, ich meine, das war ja die letzte sogenannte Hexe, mit 14 Jahren verbrannt wurde vor den Toren Münsters. Das war die letzte, die gekillt wurde, mit ihr am gleichen Tag 20 andere Mädchen. Aber sie wurde, und das ist für mich natürlich so wichtig, das versteht ihr, weil sie die Tochter einer sogenannten Hexe war. Also ich kann mich da wirklich in Greta reinversetzen. Was konnte dieses arme 14-jährige Magd dafür und wurde 1635 als aus Gnade noch vorher geköpft, damit sie nicht so sehr Schmerzen hat. Also es ist grauenhaft. Und die Justiz Münster muss endlich einsehen, dass es nicht so weitergeht. Ich kann nichts für meine Großeltern. Ich rede das jetzt fast in jedem Video runter, weil es einfach wichtig ist, weil die Justiz Münster mit diesen 13 Jahren Unrecht ist mit der größte Beweis, dass das wahr ist, was ich sage. Und damit hat mir die Justiz Münster den größten Gefallen getan. Das entspricht einer logischen Aussage. Und ich glaube, ihr wisst mittlerweile, dass ich nicht ganz so verblödet bin und habe jetzt heute noch auch gleich eine wunderschöne Überraschung hier. Guckt euch das an. Ist das nicht toll? Da ist ein Brief kam heute, und zwar vom Amtsgericht Münster Familiengericht. Es geht hier, sehr geehrter Herr Schmidt, in der einstweiligen Anordnungssache Schmidt gegen Belotti erhalten sie auf Anordnung des Gerichts die Anlage zur Kenntnisnahme weg. So, also das ist endlich mal Good News. Und ich sage euch, ich sage euch, und da sind nämlich, das ist vorher nicht passiert. Herr Ulrich Scharbert hat, als ich dreimal, viermal den Richter Kühnert als Befangen erklärt habe, jedes Mal abgelehnt. Also ich habe dir das schon aufgegeben. Diese Sache hier, 136 F, 460 Schrägstich 24, Siegfried Schmidt gegen Antragsteller gegen Antonio Belotti, Antragsgegner, hat das Amtsgericht Münster am 5.04.24 durch die Richterin am Amtsgericht Schulte im Busch beschlossen. Es wird festgestellt, dass der Richter am Amtsgericht, Dr. Grobelny, könnt ihr sehen, ja, befangen ist. Also, ich habe jetzt auch recht mal bekommen, ist das nicht toll? Es geschehen ehrlich wirklich noch Zeiten und Wunder, und das finde ich geil. Ich finde es einfach geil, dass man auch hartnäckig bleibt. Und steht da Tropfen, höhlt den Stein. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Fan von so ollen, kamellen Sprichwörtern, aber die haben alle was für sich. Das habe ich ja gestern auch im Gericht gesagt. Ein Bild sagt mehr als tausend Worte, und zwei Bilder sagen dann schon zweitausend Worte. Und in zweitausend Worten kann ich eine Menge schreiben. Ich bin eigentlich auch dem Amtsgericht und Landgericht und der Justiz dankbar, weil ich habe, ich glaube, 15 Bibeln geschrieben, so viel habe ich geschrieben. Ich habe, ohne Quatsch, zwei Meter Turm hoch Papiere da eingeworfen. Die müssen also im Fundus einen richtigen Mark-Bellinghaus-Schatz haben, weil das alles aufgehoben wird für lange, lange Zeit. Und ich glaube, ja, ich weiß, dass ich da eine Menge mit geschafft habe. Ich habe mich verteidigt, ich habe 13 Jahre Rechtsverteidigung, Jurist, was auch immer, gelernt und viele Bücher gelesen deswegen. Ja gut, also einen schönen Abend mit diesen gregorianischen Klängen. Ich liebe die Musik, die ist wie Meditation. Müsst ihr mal hören, das ist, wir braucht ja nichts verstehen. Wir gehen einfach nur auf den Rhythmus und die, es ist, Musik ist wirklich so wichtig. Alles Gute, Leute, gell? Und Gottes Segen und es wird irgendwie klappen, ich weiß das. Ich habe heute rumgebrüllt vom Theater und die können mich deswegen nicht irgendwie abmahnen oder keine Ahnung. Ich kann nachweisen, dass ich der Urheber dieser Theater-Idee bin und es wurde mir jammerlich geklaut. Alles wurde mir geklaut. Okay, jetzt sind hier Glockenschläge, das ist Zeit zum Schlafen gehen. Alles Gute. Tschüss.